Ich möchte, dass wir uns einmischen in Bezug auf die Themen Diversität, was die Frauenpolitik betrifft. Ich war vor ein paar Tagen erst bei so einer Podiumsdiskussion, da ging es darum, wie viele Frauen in den Medien vertreten sind, was für Frauenbilder krediert werden auf den Bühnen und im Fernsehen. Dann, was mich speziell betrifft, was das Thema Diversität betrifft, da war ich auch bei verschiedenen Podiumsdiskussionen, wo ich selber teilgenommen habe oder auf dem Podium saß. Und ich bin immer wieder erschüttert und fast ein bisschen traurig bis entsetzt, weil ich denke, es ist 2017 und wir reden immer noch über diese Themen. Schämt euch, das ist das Schlimmste eigentlich an der ganzen Sache, dass wir überhaupt darüber reden müssen. Ich wache morgens genauso auf wie ihr auch und ich gehe abends genauso schlafen wie alle anderen auch und mache kein Feuer, um das ich tanze und stecke mir den Knochen ins Haar, sondern bin ganz normal Teil dieser Gesellschaft, wie alle anderen auch. Muss nicht integriert werden, weil ich Teil dieser Gesellschaft bin und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns einmischen und immer wieder darauf hinweisen, dass wir Frauen, POCs, Menschen dieser Welt ganz normal sind.